da kann ich nicht landen das ich sagte ich doch ich kann hier nicht landen ich müsste ich packe voran das und läuft auf herr geht die aus bis draußen das auch ist richtig nervig so schönen guten Tag nicht knacken ich werde mich erschossen wenn ich nicht da bin guck mal erstmal jedes Haus durch ob da jemand ist er hat helig gehört und hat sich verpisst das ist so hat sich versteckt check mal in die Häuser ja mach ich gerade ist da jemand gut das ist ausraum hatte was noch nicht ausraum hatte er was er hat eine Waffe warte ich wollte gerade Diamanten verkaufen aber dann habe ich diesen Helikopter gesehen wo ist der ich markiere äh da ist mein Freund weggeflogen und weil ich wollte erst die Lage checken und da kommt er wieder wenn wir sehen dass niemand da ist um uns auszurauben wie alt ist der warte Zeit und sag mir wie der heißt wie bitte sag mir wie der heißt schnell du weißt ähm nick 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 l m ah ok du meinst die Militärlizenz und die kann man überhaupt gar nicht verlieren das ist gut bin im Haus hinter dir ok Kippen jeder Prozent Kippen jeder seit ein Überfall und nicht und guckte zu mir macht es jetzt voll aber ich habe ich habe aber nicht aus Hände hoch habe ich festgenommen hat ja vorausgeholt mach mal deine Waffe ins Rucksack und heb die mal auf ein bisschen tut er mich scheiß drauf hoch und sohn jetzt hat man seine Waffe auf Paul, beweilig hab ich, hab ich ok, gut dann häng mal Munition auf hat er welches? ok, wir kurz Heli auflacken lauf du schon mal, äh, ja klack du, ich hol ihm schon mal unseren Heli aber ich hab nur zwei, reicht das? ja ich mache alt f10 Bis zum nächsten Mal.